37, Start frei! Zu mir! Hund zu mir! Hund zu mir! Sofort! Schauen wir mal, was jeder macht. Komm her! Komm her! Super, komm weiter! Ich sage dir, wenn du dein Hund irgendwann einmal hast, dass er da bohrt, der ist so schnell. Er hat wirklich Potenzial, der Hund. Aber er hat einen massiven Stuhlschädel. Was? Da wird er dann ganz leichter von rein. Mit zwei Schröder schiebt er so derartig an. Ah! Schnell! Hopp, hopp, hopp!